In dem Bewusstsein meiner Verantwortung und dem Willen beseelt, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850 folgende Proklamation gehörig. Im Namen von Yahusha, Jesus Christus, Emmanuel, dem König aller Könige, bitte ich um mein Erbe von Yahua Gott gegeben, den Boden meiner Heimat Preußen, der preußische Boden, der meinem Vorfahren als Erbe gegeben wurde. Darum fordere ich hiermit meine ererbte Staatsbürgerschaft des Königreichs Preußen ein und die damit verbotenen Boden- und Lebensrechte. Ich nehme Herrn Wladimir Schirinowski beim Wort, ganz Preußen mit Hilfe Russlands wiederherzustellen. Dieses soll geschehen, ohne die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Diese unveräußerlichen Erbrechte wurden meinen Vorfahren im Jahre 1848 und 1850 durch Friedrich Wilhelm IV. übertragen. Mit der preußischen Verfassung von 1850 in Verbindung mit dem preußischen Landrecht ist der Mensch mit Geburt Träger aller Rechte und ich nehme diese heute wahr. kamen aus der Familie Bartlau am 13.04.21 Saarlouis. Men 30. 2021 Bilhelm 11. contacts Chirain Barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar. Es gre 걸� vad es noch und ver vashtenad chair.